Das neue Haus der Wildnis in Lunsamsee feiert das erste große öffentliche Fest. Am 4. und 5. September kommen zum Ferienausklang vor allem Kinder auf ihre Kosten. Doch auch für die Älteren ist viel Unterhaltung geboten. Durch Musik, Chöre und lokale Schmankerl. Auch das Mozart begeht den Sommerausklang und Herbstsaisonbeginn mit einem Stück für Kinder. Am 5. September ist ab 15 Uhr der gestiefelte Kater zu sehen. Das Figurentheater zum Mitspielen ist für Kinder ab 3 Jahren. In der Stocksporthalle in Scheibs macht die Ö3 Disco Station. Am 4. September kommen dort Jugendliche und Tanzfans auf ihre Kosten. Ab 20 Uhr ist Warm-Up und um 22 Uhr offizieller Beginn. An den Turntables ist die 3 DJ David Strauntaler.